Hey, wenn du wissen willst, wie du 360 Grad Videos aufnimmst, bei der du auch 360 Grad Sound hast, das heißt, du könntest jetzt, wenn du Kopfhörer auf hast, deinen Kopf drehen und du würdest diesen Sound auch hören, wie er sich dreht. Okay, 360 Grad Sound, wie funktioniert das? Es ist eher so, wie als würdest du ein Mikrofon nehmen, was mehrere Achsen hat und in jede Richtung guckst und diese interpolieren dann aus den verschiedenen Sounds ein Soundfeld. Bedeutet, du dürftest jetzt hören, wie unter dir bzw. hinter dir das jetzt raschelt. Wenn ich jetzt hier die Blätter nehme und raschle. Du dürftest auch hören, wenn ich jetzt hier rumgehe, wie sich der Ton mitbewegt. Und in dem nächsten Tutorial zeige ich dir, wie du das mit deiner 360 Grad Kamera und einem 360 Grad Mikrofon aufnehmen kannst und vielleicht sogar noch dein eigenes Sounddesign hinzufügst.